Ich bin euer Präsident, John Hell. Hm, ich hab ja gedacht, mit mir gehen auch ein paar Leute raus oder so, aber ist keiner zu sehen. Ja, ich soll in den Lamp-Light-Höhlen gucken. Ich geh mal. Siehst du, jetzt kann ich erstmal wirklich nach Megaton gehen und handeln. Ja, ich hab vielleicht einigen Leuten da in der Vault ein bisschen Unrecht getan, aber sie können jetzt raus und können glücklich werden. Vielleicht trifft man ja noch einige unterwegs. Wär natürlich cool. Vielleicht noch einiges zum Mitrennen. Bei einigen braucht man ja ein bisschen schlechtes Karma. Ah, hallo! Bin gerade ein bisschen... Ich möchte gerne ein paar Dinge... Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Keine Dampfanzeige. Okay. Okay. So. Das haben wir schon mal. Was hat sie denn? Sie hat Munition, was ziemlich nice ist. Was haben wir denn an, Muni? Energiezellen hat sie auch. Das ist schon mal sehr gut. Ich mein, da ich den Dings-Innie benutze, den Fatman, kann ich die Sachen auch verkaufen. So. Sonstiges. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die kein Mensch braucht. Eine Zündflamme. Ein... Vorkriegsgeld. Zigaretten. Eine Kernspaltungsbatterie reicht, glaube ich. Eine Whiskyflasche. Ein Hammer. Gute Jagd! So, reparieren. Ich hätte gerne, dass das repariert wird. Dass das repariert wird. Und dass das repariert wird. Was kann noch repariert werden? Erst... Das kann auch mal repariert werden. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier mal ran. Ähm... Gleisgeber, was brauche ich noch? Ich brauche eine Dampfanzeige. Immer noch. So, Aufgaben. Nuka-Cola-Wettbewerb. Farben die Cooler. Und die Spur wird aufgenommen. Little Lamplight. So. Da ist eine Vault. Und da sind irgendwelche Lamplight-Hüllen. Wir gehen erst mal... ...zum Tempenny-Tower. Ich glaube, hier war ich halbwegs richtig. Ich muss mal kurz gucken. Ne, von hier sehe ich das noch nicht. Ich muss mal nach dort. Ich weiß nicht... Alter. Da kämpfen Roboter und Skorpione gegeneinander. Ach, stimmt ja. Jetzt, wo es so Richtung Ende zugeht. Mit dem Ganzen ist ja immer Krieg. So ein bisschen. Alter, der Skorpion hat den Protagon zerhakt. Heftiger Shit. Ist der Skorpion? Ist grau? Ist auf jeden Fall schon richtig fett die Kiste. So. Ich wollte hier mal auf den Berg hoch. Eigentlich auf den der Hände. Ich glaube... Ich kann auch mal von hier gucken. Dann sehe ich hier schon mehr. Na, 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 na. Ich habe nämlich letztens irgendwo eine riesige Statue gesehen, wo ich eigentlich mal hin willte. War das in die Richtung? Sie können in die Map zu Ende. Alles klar. Ach, ich hatte doch... Maulwurzraten und hier sind... Da sind doch auch noch Gegners gewesen. Mann. Fick die Henne, Alter. War die Map immer schon hier zu Ende? Das glaube ich bald gar nicht. Ich glaube, ich muss denn doch da hinten hoch. Was ist denn da hinten? Ah ja. Dunwich-Gebäude. Gehe ich mal hier. Irgendwo habe ich da mal was gesehen. So. Ich muss dazu aber wieder auf einen Hügel. Alter. Hier fliegen Skorpione durch die Loft. Das ist ganz schön heavy, Leute. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz knusprig, oder was? Ich glaube, ich bin ja auf dem richtigen Weg, ne? Ich meine, ich könnte noch ein Stück darüber. Den Campingplatz? Oder war das am Campingplatz? Ach, du heilige Pissnelke, Alter. Schlimme ist, das interessiert das Mist, wie nicht? Oh. Alter, er hat gerade den Typen einfach so weggemacht. Fuck, fuck, fuck. Hier kommt noch irgendwas. Wo ist es? Ich kann es nicht sehen, aber ich kann es. Das reicht mir schon. Ein Skorpion. Du hässliches Todeskrallen-Pissding, Alter. Meine Fresse. Kann ich allein. Erkannt? Weh. Alter, irgendwas fightet. Ne, das sind Kühe und ein Skorpion, Alter. Heftig. Irgendwo habe ich mal was gesehen und da wollte ich eigentlich auch hin. Ich kann es nicht sehen. Es ist auch gerade ziemlich dunkel. Da war das von der Händen. Mag das da hinten gewesen sein? Ich gehe erstmal da hin. Ich gucke mir das Ganze mal an. Ein Wachbord. Der hat mich schon gesehen. Da war auch ein Typ, der weggelaufen ist. Wie ich der Kiste keinen Schaden mache, ne? Alter, wie viel kann denn die Scheiße ab, Junge? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh! 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 Alter! Was hat denn hier gerade so heftig gescheppert, Alter? Ach, der Sklave ist weggelaufen. Alter, ich muss hier weg. Irgendwann schießt hier mit starker Artillerie auf mich. Ich will hier nur weg. Ich will hier nur noch weg. Bringt mich irgendwo hin, wo... Bringt mich da. Die schießen mit Artillerie, Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Alter, habt ihr das mitgeschnitten? Wie heftig das war? Du stehst da und wirst... Weiß ich nicht. Die müssen ja mit Mini-Atombomben schmeißen. Ey, Spaß, sie hier aufstehen. Das sind lange nicht ge... Hoffentlich haben sie... Ja, alles. Kannst dafür auch irgendein Schnulli haben. Sind sie fertig? Auf jeden Fall kam ich von dort nicht rein. Das war ja gerade heftig. Womit wurde ich denn da bombardiert, Alter? Also hier ist ganz schlecht. Also hier ist ganz schlecht. Hier wird bombardiert. Heftiger Shit. Ich gehe mal nach River City, gucke, was da abgeht. Ne, ich habe eine andere Idee. Ich gehe nochmal in die Zitadelle. Ich gehe jetzt in die Zitadelle und hole mir so eine geile Rüstung, ja? Entspannt euch. Hier, der hat auch so einen Scheißroboter. Heftiger Shit, Alter, was hier abgeht, jemand. Schlimmer wie im Krieg. Naja, ich brauche Ausrüstung. Schwere Ausrüstung. Alter, heftig, was sich da beschossen hat, ey. Komm, darauf immer noch nicht klar. Ich will so eine geile, hammermäßig fette Power-Rüstung. Fick ich die alle. Hier liegt doch schon was. Eine Power-Rüstung. Gibt keinen Helm, das. Hey, auf! Alter, spann dich mal. Passen, klar? So, und jetzt noch ein Helm. Jetzt noch einen richtig geilen Helm, Alter. Ich weiß auch, wo ich einen Helm finde. Wahrscheinlich wird da noch was liegen. Ah, ich bin ja drin. Ich muss jetzt wieder rauslaufen. Seien sehr gegrüßt. Guten Tag! Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Rüstung. Das ist schon mal viel wert. Ab zum GNA-Gebäude. Alter! Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Das war's für heute.